Kinder Maxi-King Kinder Maxi-King, außer hart mit Nussstickscher, aber innen mit flüssigem Karamellkern. Schwul bist du. Mach das richtig. Dann vom Auto aus rennen. Hallo. Was machst denn du für einen Scheiß? Ich geh nicht auf den Sack, ihr Wichser. Oh yeah! Uesfeld, Bitch! Langs Rond. Müse! Fuck! Was war denn das? Absicht war das. Zum Festival hier lang. Leck bin ich jetzt aufgeregt. Da ist das schwarze Katz. Oh Gott, oh Gott. Guck, 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 die Mietze. Hans-Pro-Fart, Hans-Pro-Fart. Cooles Ding. Okay, was? Da bin ich aufgeregt. Warte, das sind schon Helde. Da sind schon Leute. Oh je. Guck mal, die Dorfjurenfahrt. Cat-Cars. Oh gar nicht. So irgendein Traktor. Ich bin auf der Toilette. Mir geht das wieder besser. Ich zeig mal. Wir waren kurz vorher noch im Auto. Er auch. Scheiße, wenn ich Ben vom eigenen Merch leben muss. Ey, 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 ey. Das ist so ähnlich wie der Fritsch. Ich hab' genau. Aber Tommi, ist das auch so? Das wird schon filmen, oder? Ich will mir auch. Ja, zeigen wir mal der Helde. Ich hab' nur eine frei. Ach so, scheiße. Gut. Warte, warte, warte. Ich mach' schon jetzt ein Selfie für die Freundin. Guck, dass die Matte stinkt. Jetzt film' ich euch, ihr Wichser. Geiler Scheiß, Mann. Geiler Scheiß. Was? Geiler Scheiß. Benni, was machen wir jetzt? Pizza! 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 Pizza ist was Schönes. Cool, was Feines. Boah, die Scheiß-Mombis überall. Immer das Handy in der Hand. Nicht im Mono-Ruf fressen können. Keine Kultur, die Leute. Mann, Mann, Mann. Das wird aber nicht veröffentlicht, oder? In die Kamera, ne? Sheimatisk. In der Raumschiff. Chobi, lasst euch nur noch nicht auf. Mancheды mit Naja, Mann. Denn den Tool ist kaffst. Sie lieben Prizmix, ohne einfach zu gehen. Ah, Pizza. Wo Pizza ist, ist vorn. Sau gut. Klausau. Warte mal grad. Bernie, bleib mal wo du bist. Äh, meine Tasche ist noch auf dem Vatersitz. Vandalismus for the win, bitch. So, hu. Auf jeden Fall, schluss. Der Mutter macht seinen Rucksack bei der Renn. Pst, pst, pst. Ich seh noch filmen, ich seh noch filmen, ganz mal. Super laber, da. Ah, wer ist das? Ah, ich seh noch mal. Ah, ich seh noch mal. Fünf. Prost. Und? Hügel, fucking awesome, man. Schmiss ist, wenn sich dann... Was? Das muss drauf? Du bist drauf. Ich hatte zwei Bier. Das waren drei. Du, nix am Washington Post. So einfach, nicht nur erzählen kannst. Und du bist Mathematiklehrer. Schäm dich, was? Nix schneiden kann man hinterher immer noch. Love me tender. Ja, das ist immer so. Love me sweet. Wie, du meinst? Ich will schon wieder irgendwelche Sachen auf das Video aus schneiden. In einer halben Stunde sehr geil. Halb bis ganze Stunde. Wer kloppt denn am Morgen? Ey, ich bin aber auch noch da. Da kommt der Fachbegriff Kupferbolze Abklemme her, ne? Mika würde so gerne lachen. Gucke sich das an. Es sieht aus wie ihr Stillleben von mir vorhin aufm Klo. Ja, schon. Es hat so was leicht Leidendes. Und auch so eine stille Betroffenheit. Alles in allem, hört aus wie Geschissen. Die Jungs sind gerade kacken. Mehr habe ich jetzt noch nicht weggeraucht. Und jetzt habe ich gerade Darm reißen. Ich muss auch braten. Aber verluste jetzt nicht mehr. Hört Bernie gesagt, muss ich Darmkraft benutzen. Ja, muss Kraft abschneiden. Würdest du damit sagen, dass die Weichen gestellt sind? Die Weichen sind gestellt. Das haben wir eben lange gefahren. Ja, 600 Metern biegen sie rechts ab. Ja, kann mal gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.